Teen Mom-Star Brianna de Jesus schon wieder getrennt Brianna de Jesus, 28, hat einfach kein Glück in der Liebe. Die Teen Mom-Bekanntheit trennte sich erst im August 2021 von ihrem Freund Xabia González. Obwohl sie sich drei Monate zuvor verlobten. Kurz darauf verkündete die TV-Bekanntheit allerdings, wieder verliebt zu sein. Doch auch das ist nun vorbei. Jetzt sprach Brianna über die Trennung von ihrem neuesten Freund Bobby und nannte die Gründe dafür. In der aktuellen Folge von Teen Mom-The-Next-Chapter packte die 28-Jährige über die jüngste Trennung von Bobby Scott aus, mit dem sie bis zuletzt eine Fernbeziehung führte. Ich werde ihm einfach sagen, dass ich mir etwas Zeit für meine geistige Gesundheit nehmen muss. Es ist eine Fernbeziehung. Das ist sehr anstrengend. Freiraum bedeutet für mich, ich möchte nicht den Druck verspüren. Dass wir rund um die Uhr kommunizieren oder auf FaceTime sein müssen, erzählte Brianna in der Folge reiner Freundin. Doch beide haben in die Beziehung einfach nicht genug investiert, weshalb es letztlich nicht funktioniert hatte. Wenn ich deprimiert oder traurig bin, möchte ich einfach, dass mein Partner zeigt, dass er für mich da ist. Ich bin in dieser Beziehung im Moment nicht glücklich. In meinen Augen ist es aus mit uns, Schloss Brianna ab.